Ich geh jetzt seit 1933 ins Rheinstadion und sowas hab ich noch nie gesehen. Und deswegen müssen wir alle singen, damit was klar ist, damit dann einmal wieder ein Fußball mit Freude und mit Verstand wird, müssen wir alle singen. Du kannst nicht immer Trainer sein, Büskens, das kannst du nicht. Nie mehr im Leben wird's hier was geben, solang du hier noch Trainer bist. Und jetzt alle, du kannst nicht immer Trainer sein, Büskens, das kannst du nie. Nie mehr im Leben wird's hier was geben, solang du hier noch Trainer bist. Büskens war schön mit dir, aber jetzt ist es an der Zeit. Wieder kann ich sagen, mit der Postkarte drauf und tschüss. Tschüss.